Amitabhati im Nordwesten Indiens ist die Stadt mit der höchsten Dichte an Giants weltweit. Hier will ich mehr über die Religion herausfinden, deren Ziel es ist, so wenig wie möglich zu essen und deren Prinzip der Bedürfnislosigkeit so weit geht, dass die Mönche, die Giants Sadhus, sogar auf Kleidung verzichten. Die Gumbar Sadhus sind jetzt sehr wenige, und sie sind fast in den Jungen, nicht in der Stadt. Sie können das nicht in den Stadt finden, sehr wenig. Die Giants Sadhus sind nicht in den Fahrzeugen, sie sind immer bei Fuß. Sie haben keine Haus, sie haben keine Welt, sie haben keinen Rupi, sie haben keinen Rupi mit uns. Denn für die Glückwunsch ist es. In Jungen, sie sagen, sie versuchen nicht zu gehen, keine Verwaltungen zu machen. Erstens.